Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine kleine handliche Batterie von der Firma Funke vorstellen. Sie ist tatsächlich relativ handlich, wenn man es mal sieht, meine Hand ist nicht wahnsinnig groß. So ist das Paket auch schön handlich gehalten. Die ganze Batterie nennt sich Color Cracker von der Firma Funke. Als Effekt wird hier angegeben Cracker-Schweif zur Cracker Bouquet in Gold und Silber mit Leuchtern in 4 Farben. Also hört sich sehr interessant an. Die Verpackung ist mal wieder sehr sehr wertig hier gehalten. So ein bisschen matt, fühlt sich sehr sehr gut an. Wir haben 128g NEM Gesamtmasse, 20mm an Kaliber, 16 Schuss und in 13 Sekunden. Also eine relativ schnelle Schussfolge. Also würde ich sagen, wir packen uns das Ganze mal nach draußen und schauen uns an, was diese gute Batterie hier leisten kann. Hier hinten schön. Hier gibt es einen Kniem genutig! In 2 Jahren. Hier ist es noch ein Kniem rausz am Kniem von NEM. Und wir werden die Kniem rauszuholen. Drei hier oben und weg. Ich kann jetzt auf die Halt-B professionell zuichen. Weren Sie in 3 Jahren. Hier haben wir es kateien. Drei hier oben. Untertitelung. BR 2018